Große Ereignisse werfen ja bekanntlich ihre Schatten voraus. Ein singuläres Event steht an, die Bundestagswahl. Wir wissen zwar nicht, wer gewinnt, aber eines steht wirklich zweifelsfrei fest. Eine Große verlässt mit Sicherheit die Bühne. Angelika Merkel, also oder wie ich mal sage, Angela Merkel, sie hört auf. Und ja, man kann von ihr halten, was man will, aber man muss trotzdem sagen, die Lücke, die sie hinterlässt, die muss man erst mal finden. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, das gebe ich zu. Nein, bleiben wir sachlich, also es ist ja wirklich eine Epoche, die sie geprägt hat. Ja, 16 Jahre, also so lange habe ich es mit einer keiner Frau ausgehalten. Und als sie in Dienst trat, ja, das war, ich habe es ausgerechnet manuell, 2005. Das war quasi von heute rückbetrachtet Steinzeit, 2005, da gab es noch nicht mal ein iPhone. Da hat man sich wirklich noch mit einer Schnabeltasse angerufen. Also, also ja, das ist wirklich heute nicht mehr vorstellbar, wie das damals so war. Auf ihrem ersten Foto als Kanzlerin, wenn man da ganz nah rangeht und wirklich im Hintergrund mal schaut, da stapfen noch Mammuts, so, durch die Gestade, ja, 16 Jahre an der Macht. Und wenn man das mal vergleicht, ja, wie viel wird heute noch über Hitler geredet und bei dem waren es nur zwölf. Ja, und Frau Merkel hinterlässt ja Deutschland insgesamt in einem wesentlich besseren Zustand. Das muss man anerkennen und viele junge Menschen, die hier sind, die können sich das gar nicht vorstellen. Ja, dass vor Frau Merkel damals in der anderen Zeit, da war ja ein Mann Bundeskanzlerin. Also da hat sich wirklich einiges entwickelt und auch Frau Merkel selber hat sich da entwickelt. Das wird oft vergessen, ja, sie war ja nicht so plötzlich da und mit Kusshand empfangen. Nein, am Anfang, man, ja, man, man, man trieb mit ihr Hohn und Spott. Ja, man hat immer Witze gerissen über ihre Klamotten, man hat sich so lustig gemacht über ihre Frisur. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum. Ja, sie war so das, das kleine hässliche Entlein, aber das kleine hässliche Entlein hat sich entwickelt. Es hat eine Metamorphose durchlebt, denn aus dem kleinen hässlichen Entlein wurde? Genau, ein Schwan. Ja, es ist kein schöner Schwan, aber einsetzbar, ich sag mal so ein Nutzschwan. Und ich denke auch, dass sie, das wird ihr gut tun, ich bin mir sicher, dass ihr das seht. Ich bin mir auch sicher, dass sie natürlich jetzt nicht einfach so aufhört. Sie wird ja garantiert irgendwie weitermachen, aktiv bleiben, irgendwie ehrenamtlich. Ich meine, Kanzlerin in Deutschland geht nicht mehr, aber was weiß ich, Kanzlerin für Österreich. Oder sie leitet so eine andere Partei, so eine kleinere, so was wie die SPD, das macht die von zu Hause, nebenbei. Und das Tolle ist ja, wenn man so lange in der Politik aktiv war, man kennt alle. Man kennt die Leute aus der Wirtschaft, aus der Kultur, sie kennt alle hier vom Fußball-DFB. Vielleicht fängt sie da noch mal ganz von vorne an, so was weiß ich irgendwie beim DFB, als Einlaufkind. Und ja, wenn so eine Epoche zu Ende geht, muss man auch sagen, dass, also lässt selbst mich nicht kalt. Also, dass sie aufhört, das geht mir schon ans Herz. Was ich aber gut finde, denn dadurch geht sie mir nicht mehr auf den Sack. Und ich wünsche ihr von hier aus alles Gute, eine sichere Zukunft und ja, das ist ja nicht garantiert, dass das für sie eintritt. Denn es gibt ja die eine hier, die AfD-Partei, die hat ja gesagt, ja, wir werden sie jagen und dann werden wir sie vielleicht auch anklagen und vor Gericht. Und dann deshalb hier von mir, an dieser Stelle, das feierliche Gelöbnis, Frau Merkel, wenn man ihn an die Wäsche will, sag ich mal, also sie können sich bei mir immer verstecken. Ich biete ihnen Asyl, jetzt nicht in der Wohnung, aber im Garten ist Platz, dort ist auch eine Laube, kaum Wölfe, da können sie wirklich jederzeit kommen.